Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Infiziert und äh... Ja, es ist die erste Folge. Hä, spielen wir hier mit eigenen Klassen? Jo. Wir kommen natürlich direkt in die laufende Runde. Neuninfiziert. Ich bin instant infiziert. Gott, diese Sounds, Alter. Diese Explosion, Alter. What's happening? Okay, so wird der Wind. Ich hab das Spiel schon ewig nicht mehr gespielt. Muss jetzt erstmal kurz reinkommen. Boah, Digga, die Schreie sind zum Glück gar nicht laut, Alter. Was haben wir denn alles? Wir haben Tomahawks. Warum hat er es nicht geworfen? Was find ich frech? Aber ich wollte meinen Tomahawk da reinschmeißen. Na gut, was ist... was nicht ist, kann ja noch werden. Punkt. Okay, ich kann nicht mehr werfen, wenn ich mit den Gasgranaten getroffen werde. I got it. Alter. Jabba. Uns bleiben nur noch Sekunden. Uns bleiben nur noch Sekunden. Wir haben nur einen Tomahawk. Das ist grundsätzlich schlecht. Aber wir haben sie alle hier. Drei Stück gibt's noch. Die hängen doch da unten in dem Bunker drin. Ich hab aber wieder einen Tomahawk. Ach, Digga, da machst du nix. Okay, ich bin gleich mal gespannt. Ich hoffe, wir werden nicht direkt wieder infiziert. Ich bin mal gespannt, ob wir an... Oh Gott, ich dachte gerade, ich gucke einem zu, aber ich spiele ja selbst. Ich spiele ja selber. Das nervt mich, dass ich da meinen Tomahawk nicht werfen kann. Was ist passiert? Ich habe aus Versehen das Menü geöffnet. Okay, es gibt echt nur noch den einen. 28... nee, zwei. 28 Sekunden, 25, 24. Okay. Zack. Okay, und jetzt einfach rein. Einfach... Ja, okay. Der mit seinen Gaskern hat, na, ist ne gute Taktik. Aber wir kriegen den doch jetzt wohl noch. Kommt. Als ob es immer... Okay, Sieg. Sieg. Überlebende. Eliminiert. Dann gucken wir mal, was wir als Überlebende... Äh, ja doch, als Überlebende können. Die haben sich hier unten auf jeden Fall gut versteckt. Ja. Ich habe ja das, äh, God Aim, wie man aus meinen Videos kennt. Deswegen bin ich mal gespannt, ob ich jetzt irgendwas reißen kann. Es ist ganz schön laut auf meinen Ohren, aber ich werde das im Nachhinein runterpegeln für euch. Gar kein Problem. Da müsst ihr nicht so sehr leiden wie ich. Als ob der jetzt ne neue Lobby sucht. Willst du mich verarschen? Egal, Leute. Wir hängen noch ne Runde dran hier. Ähm. Ich hoffe, das dauert nicht so lang. Ich hoffe, das dauert. Alter, wir haben 38 Token. Schade, dass man die in Vanguard nicht nutzen kann. Und wir haben einen Prestigeschlüssel. Aber ich brauche zwei. Damit ich mir einen coolen Skin kaufen kann. Was ich auch bestimmt mache. Eigentlich könnten wir auch mal Warzone spielen. Ich habe noch nie Warzone-Videos gemacht. Es wird eigentlich mal Zeit. So Warzone-Sweater zu werden. Ich hoffe, es gibt in Vanguard inzwischen einen Einzelspieler. Denn sonst macht es halt echt keinen Bock. Ich hasse Gruppen. Also wenn man mit Random spielt. Also mit Spike, der ist auch ein Random. Okay, ich kann hier meine Klasse wählen. Ich glaube, ich bleibe sogar bei der. Ich hoffe nur, dass sie diesmal auch zum Einsatz kommt. Boah, geil. Auf der Map. Auf der großen Variante. Ich glaube, ja, ne? Palateral Strike. Ich glaube, das ist die große. Oh, das ist die kleine. Algerien, Nordafrika. Das ist die kleine Karte, oder? Yes. Ich dachte, das ist auf der großen. Achso, einer von uns wird es noch. Das heißt, wir können es auch noch werden. Wenn wir rein scheißen. So, das Ding ist. Ich würde gerne an einen Spot. Wird schon los. Zwei infiziert. Ja, okay. Ich würde gerne an einen Spot, der schön weit oben ist. Ich weiß noch nicht, wo die Infizierten sind. Drei infizierte. Nicht gut. Ich bin hier auf einem offenen Feld. Auch das ist nicht besonders gut. Das Ding ist, wo... Ich komme da nicht hoch. Doch, ich weiß, wo wir hingehen. Ich will hier hoch. Oh Gott. Okay, er dachte, das ist gut. Okay, wenn hier einer von hinten kommt, so wie der kleine Mutter... Freund... Oh Gott, was passiert hier? Nee, nicht gut. Ich muss hier weg. Ciao, Bella. Ciao, ciao. Ciao. Okay, das war kurz close. Ah, nein. Ich bin genau in den Reihen gerannt. So, boah, das ist infiziert. Yeah. Yeah. Digga, diese Geräusche, Alter, die machen mich wahnsinnig. Was hat er gerade gesagt? Ich hoffe, ich habe mich verhört. Digga, der hat mir einfach Beine und Kopf abgeschossen. Das ist ja absolut demütigend. Ach so, blauer Name heißt... Meine Omis. They got it. Schade, wir haben keinen getroffen. So, und jetzt komme ich aus dem Hinterhalt. Aus dem Hinterhalt. Schade, das hätte ja klappen können. Ah, diese Gasgranaten. Wo haben die die her? Kriegt man die einfach? Hat man die einfach? Sind die bei irgendeiner Klasse dabei? Ich habe da eben nicht drauf geachtet. Komm, ich gönne mir doch mal so einen Tom-O-Kill. Das wäre so geil. Digga, ich kassiere hier die Headshots einen nach dem anderen. Einen nach dem anderen. Das darf doch nicht wahr sein. Man braucht einfach mal so einen Luck-Shot. Mit dem Tom-O-Hawk einfach so einen Luck-Shot hinten rein. Muss ich kurz verarbeiten, was ich da gesagt habe. Ach, scheiß doch drauf. Okay, der ist tot. Ist hier nur noch welche? Nur noch einer. Wo versteckt er sich? Wir heben uns das Tom-O-Kill mal auf. Kann man hier eigentlich hoch? Oh, geil. Ja, diese Geräusche, Alter. Das ist zum Glück gar nicht übertrieben. Wofür steckt er sich? Der sitzt doch in irgendeiner Ecke. Weil hier auch noch keiner findet. Da hinten höre ich Schüsse. Mein Freund. Wir haben natürlich unseren Teil hier beigetragen. Ganz klar. Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Das war eine kleine Runde infiziert. Wenn euch der Spielmodus gefällt, gebt einen Daumen hoch. Ich glaube, ich werde mal eine Runde Warzone... Ich werde mal gucken, ob es Warzone Singleplayer gibt. Also mit nur einer... Ihr wisst schon Bescheid. Weil ich habe eigentlich mal wieder Bock auf Warzone. Ich habe es ewig nicht gespielt. Jetzt die neue Map mal. Voll up to date bin ich. Bis dahin, Leute. Macht's gut. Und ciao.